Liebe Viktoria, lieber Andreas, ihr zwei, wenn ihr so das erste Mal über den Weg gelaufen seid und vor allem, wenn ihr dann das erste Mal auch gespürt habt, ich mochte dich, ich liebe dich. Irgendwann habt ihr gemerkt, das ist der Mensch, mit dem ich durchs Leben gehen möchte. Ihr sagt nicht zueinander, hoffen wir zumindest, ja mei, oder, ja schauen wir halt einmal, ihr sagt zueinander, ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.